Hallo Leute, ich bin's wieder. Ich habe nämlich euch eine kleine Ankündigung zu machen, nämlich wie der Stundenplan so gesagt in den Sommerferien aussehen wird. Ich habe nämlich mir mal so gedacht, dass ich mal ein bisschen vom Videoproduzieren runterkommen will. Deswegen kommt nur noch ein Video pro Tag. Das bedeutet, anstatt der bisherigen 10 Videos pro Woche kommen jetzt nur noch 7 Videos. Und ja, ich habe zwar Bock, riesigen Bock auf YouTube, aber gerade eben, weil ich viel vorproduzieren wegen Urlaub, wegen Games kommen muss, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es besser, wenn du erstmal nur noch ein Video pro Tag machst. Genau, da habe ich das Infovideo mit reinbezogen, wo ihr abstimmen durftet, abstimmen wolltet, je nachdem halt, wie man es sieht. Und dann kommt deswegen am Montag, also jeden Montag, in diesen 6 Wochen Sommerferien, mit Ausnahme von der ersten Woche, Mario Kart 8 Online Community Rennen. Ich habe dazu eine Community erstellt und das zeige ich euch auch gleich. Das bedeutet, ihr geht, wenn ihr Mario Kart 8 Titelscreen seid, einfach nur auf A, dann auf Einspieler Online, dann auf Turniere. Also das macht schon alles automatisch. Und dann hier, seht ihr schon, habe ich ein Turnier erstellt, was eben meinen Namen hat. Da müsst ihr dann einfach nur draufdrücken, wenn ihr es schon geedit habt. Diesen Code da unten, also 4180 und so, müsst ihr euch merken oder irgendwie aufschreiben. Den müsst ihr dann später eingeben. Also so sind auf jeden Fall die Regeln. Dann wöchentlich, Samstag, 19 bis 20 Uhr. Da steht auch 5 Rennen jeweils, sie werden dann aufgenommen. Kann auch sein, dass ich immer mal 2 Parts mit aufnehme, wegen Vorproduzieren halt, genau. Und wenn ihr die noch nicht geedit habt, das Turnier, dann geht ihr einfach mit Code suchen. Und, ähm, tragt dann da den Code ein. Ich habe ja nochmal gerade geguckt, ob das auch mit offenen Turnieren geht, aber macht es lieber mit dem Code suchen. Also da gebt ihr dann einfach 4, 1, 8 oder was halt der Code war ein. Und dann müsste das klappen. Hier nochmal der Code, ähm, mal gucken, wie ich das mache. Also den müsst ihr auf jeden Fall eingeben, ich tue auch noch ein paar Leute anschreiben. Und dann habt ihr, seid ihr drinnen in der Community und dann freue ich mich schon auf einige Mitfahrer. Dann am Dienstag kommt der Legend of Zelda The Wind Waker HD. Die geht ganz normal weiter, das LP, ähm, nichts Besonderes. Einfach, ja, es geht einfach weiter. Äh, mit dem Triforce, äh, zusammensetzen. Wie wir da schon im letzten Part aufgehört haben. Und, genau. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Es geht halt einfach weiter. Am Mittwoch, dann wird es schon etwas spezieller. Da kommt dann Kirby's Adventure Wii. Das haben sich die meisten, ähm, gewünscht. In, äh, dem Infovideo zufolge. Sehr viele Kommentare für Kirby's Adventure haben da gestimmt. Ich muss mich generell nochmal bedanken für so viele Kommentare. Ich hab noch nie so viele Kommentare bei einem Infovideo bekommen. Dankeschön dafür. Und, ja, eure Wahl ist auf jeden Fall nicht schlecht. Deswegen wird Kirby's Adventure Wii am Mittwoch kommen. Am Donnerstag dann kommt erneut The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Zweimal in der Woche wird das Ganze dann kommen. Am Freitag dann wird es schon spezieller. Ja, das hat, hab ich nämlich nicht mit in dem Infovideo erwähnt. Kommt, Animal Crossing, let's go to the city. Das wird also sechsmal kommen. Viel mehr Parts muss man da auch nicht machen. Sechs Parts Animal Crossing, ähm, und dann haben wir das Spiel auch durch. Ich will es einfach nochmal spielen. Das ist so ein tolles Spiel. Es hat mich schon in meiner Kindheit begleitet. Und ich denke mal, wenn man sich drauf einlässt, wird das vielleicht für euch auch ganz lustig. Am Samstag dann, ähm, wieder Kirby's Adventure für die Wii. Das zweite Mal dann, ähm, wir werden mit dem Spiel, denke ich mal, in den Sommerferien nicht fertig werden. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm, mit Mario Kart und Animal Crossing werden wir auf jeden Fall in den Sommerferien fertig. Und dann kommt ja auch nach den Sommerferien wieder zehn Videos pro Woche. Da kann man das dann wieder, ähm, so machen, dass es dann auch zeitgemäß, äh, beendet wird. Aber man sollte ja noch nicht von Beendungen reden, wenn es noch nicht mal angefangen hat. Und, ähm, am Sonntag dann wie gewohnt die NNN, die Nintendo News, ähm, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und so sieht der Stundenplan mehr oder weniger aus. Ähm, Montag bis Samstag kommen immer um 16 Uhr und am Sonntag die NNN kommen dann um 18 Uhr. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau!